Hallo meine lieben Digierter, hallo und herzlich willkommen zu einem außerplanmäßigen Event-Video zu Digimon Masters Online. Normalerweise mache ich ja keine Event-Videos zu diesen Zwischen-Events bei NA-Demo bzw. K-Demo, weil da normalerweise nur ein paar Promotions reinkommen, die dementsprechend dann vielleicht uninteressant sein sollten für die meisten. Aber heute kam definitiv mal was anderes rein und das möchte ich dann dementsprechend euch dann jetzt hier auch dann noch zeigen. Für die Leute natürlich, die das heute noch nicht mitbekommen haben sollten, heute ist ein kleines Mini-Update reingekommen mit einem neuen Event, also nicht einem kompletten neuen Event, sondern eher einem kleinen Mini-Event, was jetzt eine Woche lang geht und noch ein paar Promotions, aber das Ganze schauen wir uns jetzt gemeinsam an, denn vor allem das Event ist hier in dem Fall das, worauf ich am meisten eingehen möchte und zwar heißt dieses Event Mysterious Box Merchant. Während des Event-Zeitraums, jetzt von dieser einen Woche bis zum 4.4., gibt es einen NPC Mysterious Box Impmon und einen anderen Mysterious Box NPC Gekomon im DRTS-Center, aber dieser Gekomon-NPC ist nicht von Anfang an im DRTS-Center, aber da kommen wir dann gleich noch drauf zurück, was man denn machen muss, um diesen Gekomon-NPC ins DRTS-Center zu bekommen. Also wie gesagt, es gibt zuerst einen NPC Mysterious Box Impmon im DRTS-Center, dort bekommt man dann eine Quest Daily Mysterious Gift Box und diese nimmt man an, gibt dann ab, indem man nochmal mit dem Impmon redet und dann bekommt man eine sogenannte Gift Box, wenn man das Ganze dann abgeschlossen hat. Und diese Gift Box kann verschiedene Sachen beinhalten und zwar, wenn man das Ganze öffnet, kann das Ganze beinhalten entweder eine sogenannte Pretty Gift Box, Large Gift Box, Fancy Gift Box, Heavy Gift Box, Broken Box oder einen EXP Sapphire. Das klingt jetzt vielleicht noch nicht allzu spannend, außerdem kann da noch drin enthalten sein ein Troiagomon Digi-Level 3-5, das klingt auch jetzt vielleicht noch nicht allzu interessant, aber die meisten sollten heute wahrscheinlich schon mitbekommen haben, man kann da nicht nur ein Troiagomon Digi-Level 3-5 rausbekommen, sondern das, worum es hier dann dementsprechend auch in diesem Video dann gehen soll, ist, dass ihr informiert werden sollt, dass man hier noch ein weiteres Digimon rausbekommen kann und zwar ein sogenanntes Troiagomon, welches eine SS-Plus-Variante dabei hat. Ja, ihr habt richtig gehört, man kann hier auch ein Troiagomon rausbekommen, was den, also bis zum Rang SS-Plus-Digitationsstufen hat. Und das Ganze sieht dann dementsprechend in-game so aus, also klar, natürlich vermutet man jetzt hier, dass es dabei erstmal nur ein normales Troiagomon hier dann dementsprechend ist, aber wenn man hier dann mal reinschaut, dieses Troiagomon hat den Rang SS-Plus und dementsprechend auch zusätzlich zum normalen Troiagomon und dem Troiagomon-Ultra-Level, was bei der normalen Troiagomon-Line dann, also welche auch schon vorher im Spiel war, dann auch vorhanden ist. Aber jetzt gibt es, wie gesagt, noch eine weitere Stufe und zwar eine Burst-Mode-Stufe. Diese wird allerdings freigeschaltet mit 5 Evolutoren anstelle eines separaten Burst-Mode-Items, was auf jeden Fall ganz nice ist. Die Steam-Mon hat allerdings keinen Ride-Mode, das muss man dazu sagen, und verbraucht 8 Accelerator, wenn man dahin digitiert, aber im Gegensatz zu anderen SS-Plus-Digimon kann man direkt vom Rookie-Toiagomon zum Burst-Mode-Toiagomon hoch digitieren. Das heißt, man spart sich diesen einen Zwischenschritt zum Ultra-Level und kann direkt zum Burst-Mode-Argomon dann hoch digitieren. Das Einzige, was man zu diesem Toyagomon noch dazu sagen muss, ich werde noch ein separates Video dazu machen, aber dieses Toyagomon kann leider nicht Transcended werden. Finde ich persönlich ein bisschen schade, gerade als SS-Plus-Digimon wäre das auf jeden Fall nochmal potenzialsteigernd, wenn das Transcended werden könnte. Viele haben das aber schon heute auf dem offiziellen DMO-Discord angekreidet, deswegen mal schauen, ob die das dann noch anpassen werden. Aber so haben wir auf jeden Fall trotzdem ein SS-Plus-Burst-Mode-Digimon, wo man dann dementsprechend leider nicht die Größe auf über 130% erhöhen kann, außer mit einer Super-Growth-Root, aber die kann dann natürlich nicht das HP-Klon freischalten und dementsprechend kann man auf diesem jetzt dann leider nicht HP klonen. Alle anderen Werte können aber genauso wie normal geklont werden. Und natürlich, weil es ein Burst-Mode-Digimon ist, kannst du natürlich die besten Memory-Skills im Spiel verwenden, wenn man diese auf ihm bauen würde. Ich würde da empfehlen, geht auf Guardian, falls ihr auf Toyagomon den Memory-Skill draufpacken könnt, also Guardian of Fire am besten in dem Fall. Einfach nur deswegen, weil durch den Mangel an HP-Klonen-Möglichkeiten ist die Möglichkeit, den Damage zu reduzieren, definitiv hier die beste Wahl auf ihm. Und wie man da oben gerade eben schon gesehen hat, da kommt immer noch weiterhin eine Benachrichtigung nach der anderen rein, wie Leute das Digimon dann ziehen. Das Digimon hat dann auch zwei Skills und diese haben auch besondere Effekte, auch wenn die leider nicht in der Beschreibung draufstehen, aber da, wie gesagt, komme ich dann nochmal im separaten SS-Plus-Toyagomon-Video dann zurück. In dem heutigen Video soll es hauptsächlich ja um das Event gehen und wie man da rankommen kann. Wie gesagt, da gibt es dann hier den NPC-Impmon und diesen NPC-Gekomon direkt daneben. Den schaltet man, wie gesagt, drei, indem man erst das andere bei Impmon erledigt und dann muss man hier auf das achten, was bei Impmon oben drin steht. Und zwar Would you like to get a box? Und dann hier Impmon want to eat cream bread. Dieses want to eat cream bread ist in dem Fall extrem wichtig, denn um dieses Gekomon daneben freizuschalten, muss man nämlich dem Impmon ein sogenanntes cream bread vorbeibringen. Und da kann man dann jetzt nicht diese spezielle cream bread vorbeibringen, welches man zum Beispiel hier im DRT-Sender in der Wending Machine bekommt, für 3M irgendwas, sondern man braucht da eins, was man bei anderen Wending Machines bekommt. Eine zum Beispiel, wo man das bekommen kann, das zeige ich euch in dem Fall jetzt dann auch, ist die in Yokohama Village. Da springen wir dann dementsprechend einmal rüber, damit das auch für euch visualisiert ist. Also ich kann euch dann dementsprechend jetzt nicht zeigen, dass die Quest dann da auch dann kommt, aber was man dafür, wie gesagt, machen muss, und zwar hier direkt, wenn man die Wending Machine öffnet, cream bread für 60 Bit ist dann in dem Fall das, was man dann holen muss. Einmal holen reicht, also ein so ein Item reicht. Dann geht man wieder zurück ins DRT-Sender und dann hat man beim Impmon eine Subquest. Diese muss man dann dementsprechend annehmen und durch Reden wieder abgeben. Dann schaltet man hier das Gekomon daneben frei. Und dieses Gekomon ist dafür zuständig, dass man bei ihm hier über diesen Shop, der hier ist, weitere von diesen Giftboxen erwerben kann. Für 50 M pro Stück dann dementsprechend. Und ja. Das ist in dem Fall notwendig, weil man normalerweise aus dieser einen Daily Box, die man rausbekommt, und dann das Toyagomon SS Plus nur sehr schwer rauszieht. Also da braucht man schon wirklich extrem viel Glück. Ich habe mir heute 100 von diesen Giftboxen geholt beim Gekomon NPC und habe da mein Toyagomon rausbekommen. Andere haben da weniger dafür gebraucht, andere haben mehr dafür gebraucht. Also das, also dieses SS Plus Toyagomon hat nur eine sehr geringe Chance, da dann dementsprechend rauszukommen. Aber, da das wie gesagt, abgesehen von den M- beziehungsweise Terra-Kosten, die man dann hat, um sich an diesen Boxen zu probieren, ist es ansonsten komplettes Free SS Plus Digimon, was man dementsprechend definitiv abholen kann, beziehungsweise sollte, wenn man daran Interesse hat, das der Sammlung hinzuzufügen. Weil dieses ganze Event jetzt nur, wie gesagt, bis zum 4.04.2023 dann geht, und man nicht weiß, ob es danach noch eine Möglichkeit geben wird, an dieses Toyagomon dann noch ranzukommen. Deswegen sollte man das definitiv dann dementsprechend aus diesem Event mitnehmen. So, und das war es aber von dem Event, was jetzt für eine Woche reingekommen ist. Jetzt haben wir dann noch einen 50% Sale bekommen auf alle Items im Shop, außer auf die genannten Sachen hier, also Data Summon Ticket Legend. Und was aber hier nicht aufgelistet ist, Data Summon Epic ist auch nicht runtergesetzt. Und anscheinend Fruit of the Goddess ist auch nicht runtergesetzt. Aber ich gehe mal eher davon aus, dass damit dieses Goddess Item gemeint ist, was man für Mervamon benötigt, weil das natürlich zuletzt in den Shop reingekommen ist. Also hier, wenn man reinschaut, Data Summon Ticket Epic ist auch nicht in 50% Sale drin. Auch dementsprechend nicht das, was im letzten Event reingekommen ist. Also Option Change Package auch nicht. Aber zum Beispiel hier, Platinum Package ist in 50% Sale, wie man hier sehen kann. und Masters Membership und die Data Summon Tickets sind immer ausgenommen von diesen Sachen. Aber wenn man hier so reinschaut, überall ansonsten 50%, außer wie gesagt, die Eventsachen. Und was auch reingekommen ist, was auch dementsprechend noch wichtig zu erwähnen ist, ist das sogenannte Limited Miracle Flowering Package. Für alle Leute, die noch kein Raflesimon haben, ist jetzt wieder eine Möglichkeit, da an dieses Digimon ranzukommen für 399 Crown beziehungsweise 39,90 Dollar auf der Steam Variante, gibt es dann die Möglichkeit, sich dieses Package zu holen. Dieses Package beinhaltet einmal Palmon Original Digi-Eye Level 4 bis 5, Floramon Digi-Eye Level 4 bis 5, dann das Raflesimon Data Core Rosemon Item, was das Evolution Item für Raflesimon auf der Rosemon Line ist, die für, also das Item für Floramon wird durch eine Jogris Quest freigeschaltet, also dafür braucht man dann hier aus dem Package, dann dementsprechend kein separates Item und hier ist dann natürlich noch der Ride Mode mit dabei, 2 EXP Sapphire Boxen sind dabei, 20, äh, 22 Evoluta, sorry, dann, äh, 10 Plant Mid-Class Datas und 4 Hedge Backup Level 5er. Also, wem Raflesimon noch fehlen sollte, ein SS Plus, ähm, Datei Wood Jogris Digimon oder beziehungsweise auch, wie viele von uns das bezeichnen, ein Waifumon und das unbedingt der Sammlung hinzufügen wollen, da ist jetzt definitiv die Möglichkeit, dann da durch dieses Package und wer weiß, wie immer natürlich, wann diese Packages wieder kommen werden. Allein im letzten Jahr war es so, dass wir dieses Raflesimon Package nur ein einziges Mal im ganzen Jahr reinbekommen haben. Dementsprechend, wer weiß, ob das Package dann dieses Jahr dann dementsprechend überhaupt dann nochmal kommen würde. Also, wenn man das, wie gesagt, der Sammlung hinzufügen möchte, dann sollte man das dementsprechend jetzt machen. Ansonsten schauen wir dann wieder in die Notiz mit rein und da sieht es dann dementsprechend so aus, dass wir hier dann auch noch einen Promotion Purchase Event mit dabei haben, wo es dann für, ähm, also das ist dann wieder so ein Cash Promotion, ähm, beziehungsweise eine Cash Promo in dem Fall und ja, da bekommt man wieder dann für eine bestimmte Anzahl an Crown, die man ausgegeben hat, dann bestimmte Belohnungen am Ende des Event-Zeitraums, also, ähm, vor dem 31.03. dann anscheinend und ja, da ist es dann so bei 300 bis 500 Crown, wenn man da dazwischen bis maximal 500 Crown dann während des Events dann Crown ausgibt, bekommt man 5 Option Chain Stones, bei 500 bis 1000 sind es duplicated Hedgeback Up Level 5, ein Stück, dann bei 1000 bis 2000 bekommt man noch ein Raremon Digi Level 4 bis 5 mit dazu, bei 2000 bis 3000 Crown ein Reinforced Digi-Klon Package, für 3000 bis 5000 Crown bekommt man ein Mega Reinforced Digi-Klon Box, diese beinhaltet einmal jeden Mega Reinforced Digi-Klon und dann bei mehr als 5000 Crown bekommt man eine Awesome Purchase Gift Box, dasselbe dann auch bei der Steam Variante und da wie immer bei der Steam Variante, da muss man dazu sagen, weil ich das immer wieder trotzdem gefragt werde, auch wenn man es schon ein paar Mal erklärt hat, diese Preise, die hier stehen, sind in Cent, nicht in Dollar beziehungsweise in Crown, also Umrechnung in Crown, sondern das hier sind, wie gesagt, die Cent-Preise, das heißt, 50.000 Cent in dem Fall entsprechen 500 Dollar, also da die Umrechnung vor hier, also das Komma, was hier ist, das englische Komma, muss dann dementsprechend für uns eine Stufe weiter nach rechts gerückt werden, dann hat man den Dollarpreis dann dementsprechend, den man dafür dann ausgeben müsste. Leider in dem Fall, und das ist auch ein Trend, der sich über die letzten paar diesen Cash-Promos durchgezogen hat, leider hier auch wieder kein Promotional Digimon mit dabei, sondern hier wieder dementsprechend diese Items aus dieser Liste, was aber natürlich darauf hindeutet, dass die ganzen Promotion Digimon weiterhin in Zukunft in diesen Packages dann kommen werden, und wahrscheinlich nur, wenn ein komplett neues Promotion Digimon kommt, dieses dann in diesen Cash-Promotions dann landen wird. Ja, und diese Awesome Purchase Gift Box, die man für die höchste Stufe dann bekommt, benhaltet ein Awesome Random Digi-Egg, ein Rearmon Digi-Egg, Level 5, und 10 Fruit of Romeo Stasis. Also das ist dann dementsprechend eher, wenn man sowieso dann eine größere Menge Crown ausgibt, bekommt man halt noch kleine Goodies dazu, aber nur für die Goodies lohnt es sich dann dementsprechend nicht unbedingt dann jetzt die Crown auszugeben. Außer wenn man das 50% Event dann dementsprechend mitnehmen möchte. Und ja, dann haben wir noch die beiden Rafflesimon Packages, also Miracle Flowering Package, einmal in der Game King Variante und einmal in der Steam Variante. Und ansonsten keine weiteren Updates und Bug Fixes, aber hauptsächlich die Sachen, die ich dann dementsprechend hier ansprechen wollte, vor allem das SS Plus Toiagomon, wollte ich dann dementsprechend für euch dann nochmal hier in Videoform dann festhalten und wie man da dann dementsprechend rankommen kann. Genau, da bekommt man, wenn man diese Box öffnet, das stimmt, das muss ich auch noch dazu sagen, wenn man diese Giftbox öffnet, die man da, also entweder sich hier holt oder eine durch die Daily Quest bei Impmon dann abholt, bekommt man entweder ein EXP Sapphire raus, aber das stimmt, das habe ich ja vorhin schon gesagt und diese ganzen Boxen, die man rausbekommt, geben dieselben Belohnungen. Also wenn man, egal ob man die Pretty Giftbox, Large Giftbox, Fancy Giftbox, Heavy Giftbox rauszieht, wenn man diese scannt, kann man random jede der anderen Boxen rausbekommen oder man bekommt eine Broken Box, die man dann wieder beim Impmon NPC, wenn man fünf Stück davon hat, dann wieder in eine Box seiner Wahl dann umtauschen kann. EXP Sapphire gibt es dann dementsprechend auch noch potenziell raus und ansonsten wie gesagt, das Toyagomon entweder in Level drei bis fünf, was dann aber nicht die SS Plus Variante hat oder die separate SS Plus Variante. Aber ja, das auf jeden Fall zu diesem Mini-Event, damit ihr da wie gesagt die Übersicht habt, dass da trotzdem jetzt interessante Sachen reingekommen sind. Das war es dann nochmal von diesem, ja, na doch, längeren als ich gedacht habe, aber trotzdem im Vergleich zu anderen Event-Videos, kürzeren Event-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, immer gerne durch einen Daumen nach oben zeigen, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao! Ciao!